Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Halle 2. Eure verlorenen Söhne Max und Dave sind wieder für euch da. Auf Ohren, auf Augen, auf jeder Plattform, die ihr euch nur erträumen könnt. Wir sind endlich wieder da. Unglaublich, also wirklich. Ihr freut euch wahrscheinlich, unsere Stimmen wieder zu hören. Zumindest Daves Stimme konnte man schon etwas länger nicht hören. Und auch ich konnte sie etwas länger nicht hören. Deshalb bin ich umso begeisterter, dass wir jetzt miteinander sprechen. Und noch mehr begeistert bin ich, ob der Tatsache, dass im Hintergrund irgendwelche Vögel zwitschern bei dir. Und wir haben gerade kurz gefacetimed. Ich habe gesehen, bei dir stehen auch irgendwelche Palmen im Hintergrund, nur dass sie da wirklich wachsen. Wo zur Hölle bist du gerade? Ich weiß es wirklich nicht. Ja, also erstmal vorweg. Ich war nicht durchgehend online, so wie die Lochis. Sondern ich war für drei Wochen durchgehend offline. Das war produktionsgeschuldet. Wir starten erstmal ganz vorne. Natürlich wollten wir nicht in diese gezwungene Sommerpause gehen, denn wir sind der Podcast ohne Sommerpause. Und so etwas steht uns natürlich überhaupt nicht gleich. Also bin ich vorfreudigst auf neue Halle 2 Folgen auf eine Produktionsreise gegangen, bei der ich, und jetzt kommt's, die Seven vs. Wild Crew beim Filmen und Produzieren der zweiten Staffel von Seven vs. Wild unterstützt habe. Das sehr tatkräftig. Ich habe wirklich die ganze Zeit gearbeitet. Dadurch ist vielleicht auf meinem Hauptkanal etwas weniger gekommen und ich fand mich an einem Platz wieder, an dem es durch Zeitverschiebung und durch Internet tatsächlich problematisch war, die Folgen aufzunehmen. Und wir haben alles versucht, aber die Arbeit vor Ort hat uns auch nicht genug Zeit gelassen, das in Angriff zu nehmen. Und jetzt bin ich tatsächlich noch in der Umgebung und kann deswegen nach wie vor nicht sagen, wo ich gerade bin. Ich kann euch aber ein paar Tipps geben. Also ich bin nicht mehr direkt dort, wo wir gedreht haben, aber es hat natürlich absolut oberste Prio, dass all diese Informationen unter Verschluss bleiben. Auch wenn hier und da schon Sachen falsch und hier und da auch schon Sachen genau richtig geleakt wurden, will ich da keinen weiteren Teil zu beitragen. Ich bin weitergereist, auch flugmäßig weitergereist. Also ich bin wirklich nicht mehr da, wo wir gedreht haben. Aber ich befinde mich gerade in einem Hostel, quasi mitten in den Tropen. Mir wurde gestern beim Zimmer zeigen gesagt, dass ich aufpassen soll, ich soll mein Essen nicht liegen lassen, denn nicht nur die Affen würden kommen und es sich holen, sondern auch die Kaimane, die hier rumstolzieren. Warte mal, das sind doch so überdimensionierte Eidechsen, oder? Nee, das sind eigentlich Krokodile einfach, nur in klein. Oh mein Gott, das ist ja noch schlimmer. Ich dachte an diese Komododrachen-mäßig, weißt du? Ja, diese Komodowarane. Ja, genau, das dachte ich, aber... Ja, das kann sein, dass die hier auch unterwegs sind, aber vor denen wurden wir nicht gewarnt. Aber Echsen und der ganze Schlag sind auch hier unterwegs. Schlangen, wirklich so ziemlich alles, was sich bewegt. Und Tiere, von denen man keine Ahnung hat und die erstmal etwas angsteinflüssend sind, all das ist hier unterwegs und ich fühle mich pudelwohl. Alter Schwede, wie warm ist es bei dir? Weil ich glaube, dir wird nicht gefallen zu hören, wie warm bzw. kalt es hier bei uns mittlerweile ist. Also es ist so, dass man die ganze Zeit mit Ventilator, Klimaanlage schlafen muss und das ist halt so ein tropisch drückende 25 bis 33 Grad, würde ich sagen. Boah, okay, krass. Alter Schwede, 25 bis 33 Grad. Was macht bei euch aus, was macht ihr so abseits des Wetters auch und wie ist das Wetter in Köln? Genau, stimmt eigentlich, wir sprechen drei Wochen und ich und sprechen als erstes über das Wetter. Man könnte denken, wir sind ein altes Ehepaar. Ja. Noch ganz kurz, also bei uns sind 15 Grad Regen, so richtig klammes, ekliges Wetter. Deshalb, ich glaube, du hast es eh vor, aber bleib noch ein bisschen da, wo du gerade bist, weil ich weiß für euch Zuhörer, ich weiß nicht, wann Dave wiederkommt, ich weiß gar nichts. Ich weiß ungefähr so viel wie ihr. Aber ansonsten ist hier die Hölle los gewesen halt mit der Küche, logischerweise. Da ging es die ganze Zeit rauf und runter, Sachen haben nicht funktioniert. Man hat irgendwelche Nachtsessions geschoben mit der Montage. Für alle, die überhaupt keine Ahnung haben, ich mache YouTube-Videos, Dave macht YouTube-Videos und in meinen YouTube-Videos koche ich. Und ich habe mir jetzt in unserem gemeinsamen Büro, das den wunderbaren Namen Halle 2 trägt, eine Küche reingelassen. Und diese ist wunderbar, also hat alles, was das Herz begehrt und war aber sehr, sehr schwer in ihrer Organisation und in ihrem Aufbau. Ja, so ist es auf jeden Fall jetzt gekommen, dass die letzten Wochen sehr intens waren. Nicht nur deshalb, sondern auch wegen der Vorproduktion, weil der lang besprochene Amerika-Trip, auch in Halle 2 Podcast besprochene Amerika-Trip, steht jetzt unmittelbar vor der Tür. Und noch viel wichtiger, der Boys-Trip beginnt in sechs Tagen, bei dem wir nicht mit dir rechnen dürfen, oder? Nein, ihr dürft nicht mit mir rechnen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zur neuen Küche. Dankeschön. Super geil. In ausführlicher Form könnt ihr das auch in einem YouTube-Video von Max sehen, wo er auch nochmal ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte seines Kanalthemas und quasi einen kleinen Rückblick in die letzten anderthalb Jahre Aufbau des Kochkanals gegeben hat. Super geiles Video. Und nein, ihr werdet nicht mit mir rechnen können, denn ich komme wahrscheinlich erst ab dem 1. Oktober nach Hause und nutze die Zeit hier in der Region, um noch ein paar Videos vorzuproduzieren, um im Dezember möglichst viel Geld zu verdienen. Ja, das verstehe ich. Es ist bestimmt auch nicht, wobei, wie teuer ist es da, wo du dich so bewegst, da in der Tropenregion? Muss man da viel Geld mitbringen, wenn man reist, oder ist das so wie in Thailand oder so, wo man günstig um die Runden kommt? Ich habe wirklich keinen Schimmer. Es ist teurer als gedacht. Also ich würde fast sagen, dass man hier als Touri mit deutschen Preisen rechnen kann. Aber es kommt echt so ein bisschen darauf an, wo man ist und natürlich wie man sich bewegt und wie man sich verhält. Aber ich kann ja nur mal gleich einen kleinen Ausblick geben. Und es gab keinen Flug, damit wir quasi zum nächsten Produktionsstandort kommen. Jetzt heute tatsächlich. Deswegen nehmen wir jetzt um bei mir Ortszeit 8.20 Uhr auf. Und jetzt habe ich, ähnlich wie du es geplant hattest, um nach Jusd zu kommen, gestern eine Cessna gebucht. Und wir werden jetzt gleich hier abgeholt. What the fuck? Ja, und das war ziemlich doof, weil es waren noch Flüge verfügbar. Und wir dachten, ach, wir brauchen einen Flug, um einen Anschlussflug zu bekommen. Und wir haben das vor uns hergeschoben, weil wir dachten, ach, das kostet irgendwie 60 Euro so ein Flugticket. Wir warten noch, wir warten noch, wir warten noch. Haben zu lange gewartet. Kein Ticket mehr verfügbar für die nächsten vier Tage, um von hier wegzukommen. Also sind wir darauf angewiesen, jetzt gleich privat zu fliegen. Damit die Produktion nicht auseinanderfliegt. Okay, aber ich bin erst mal überrascht, dass du noch mit der Produktion oder für die Produktion unterwegs bist. Ich dachte, du seist schon in den privaten Teil deiner Reise übergegangen. Aber du bist immer noch am Film für die Jungs und Mädels von 7 vs. Wild? Nee, 7 vs. Wild ist längst abgeschlossen. Also ich bin jetzt privat unterwegs, aber ich bin privat für YouTube unterwegs. Also oberstes Ziel der Reise sind immer noch Videos. Und das sind noch, ich habe schon drei gedreht und das stehen noch sechs auf der Liste. Oder was? Also das hier hat alles nicht mehr, ich bin ja tatsächlich auch nicht mehr da, wo ich mit 7 vs. Wild war und fliege jetzt auch nur noch weiter, um meine Sachen fertig zu produzieren. Und da kann ich auch eine kleine Aussicht geben, warum ich mich vielleicht so sehr reingehangen habe und mich gar nicht gemeldet habe. Ich habe mit Fritz und den Jungs im Hintergrund von 7 vs. Wild gesprochen und wir haben uns in Einvernehmen dazu entschieden, dass zehn Folgen Behind the Scenes von 7 vs. Wild Staffel 2 bei mir auf dem Kanal laufen werden. Also insgesamt kommen anderthalb Stunden, anderthalb bis zwei Stunden Behind the Scenes Content von der gesamten Planung, Produktion, Postproduktion von 7 vs. Wild Staffel 2 parallel zur Hauptserie auf meinem Kanal, wo ich unheimlich happy drüber bin, weil der Einblick natürlich ein ganz besonderer ist. Also 7 vs. Wild war letztes Jahr das größte europäische YouTube-Projekt jemals. Krass. Und da jetzt einen Einblick hinter die Kulissen geben zu können, ist absolut krank. Crazy, aber wenn du sagst zehn Folgen, heißt das, es gibt zehn Folgen oder heißt das, es gibt mehr? Ja, und die werden dann geteilt auch auf anderen Kanälen zu finden sein? Nein, das wird alles bei mir laufen, von vorne bis hinten. Und wir planen gerade so mit zehn Folgen, weil wir so ein bisschen strukturiert haben, was alles passiert ist, was in eine Folge gehen könnte. Es kann aber auch sein, dass es acht werden, es kann auch sein, dass es 13 werden. Wir haben, ich habe acht Terabyte Daten oder so. Und Leo hat tatsächlich die Festplatte schon in Deutschland und arbeitet die schon ab, während ich halt hier noch ein paar Parallelen, ein paar Videos probiere zu produzieren. Mama Mia, ich glaube, dass er vereinfacht das Dezember-Projekt, welches du gerade eben angekündigt hast. Du hast hoffentlich auch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Aber richtig geil, richtig gute Sache. Und irgendwie hast du ja auch Legendencharakter gewonnen in der ersten Staffel. Deshalb ist es ja umso passender, dass das Ganze bei dir auf dem Channel landet. Und ja, wegen außerordentlicher Leistung wurde mir dieses Recht übertragen. Max, Mann, ich bin so sehr im Dschungel, dass die Kamera komplett beschlagen ist. Ich hoffe, die Zuschauer des Videopodcasts, denn ihr könnt den Podcast natürlich auch mit Video schauen, auf YouTube beispielsweise, werden das sehen. Also tropischer kann das Bild eigentlich gar nicht aussehen. Es ist komplett beschlagen. Das Ding ist, ich glaube, ich habe noch nie diese Klimabedingungen ansatzweise erlebt. Vielleicht in der Dampfsauna. Aber ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Deshalb beneide ich dich auch ein bisschen, dass du jetzt gerade dort bist. Das ist auf jeden Fall krass so. Also irgendwie cool, aber irgendwie auch... Du warst dann jetzt einen ganzen Monat weg, oder? Also du wirst den gesamten September unterwegs sein. Ganz genau. Also ich habe mich auch mega gewundert, weil natürlich vermisse ich euch und das normale Büroleben auch ungemein. Aber ich werde insgesamt so dreieinhalb Wochen weg gewesen sein. Krass eigentlich. Also das ist echt krass. Fühlt sich jetzt schon länger an. Ja. Jakob hat auch schon geäußert, um die obligatorische Jakob-Erwähnung zu machen für diesen Podcast. Jakob hat gesagt, er glaubt nicht, dass du wiederkommst. Weil es sich schon so anfühlt, als sei es so ewig weg. Aber dreieinhalb Wochen insgesamt, das ist weniger als gedacht. Oder sind es viereinhalb Wochen, wenn es der gesamte September ist? Nee, warte mal. Ich glaube, es sind genau vier Wochen. Es ist genau ein Monat. Also ich bin am 28. los und ich komme am 30. wieder. Und meine Klimabilanz für die Produktion der jetzt kommenden Videos ist, also um da ganz kurz noch ein bisschen weiter auf die Produktion einzugehen, ich fliege jetzt so viel, weil ich halt für, ne, ich habe immer probiert, möglichst viele Videos an einem Standort rauszusuchen. Ja. Und das ist aber trotzdem so, dass ich einfach nur so für drei Tage oder so an einem Standort bin und hier die ganze Zeit rumfliege, das ist echt, echt verrückt. Jetzt halt drei Wochen gefühlt gar nichts geflogen, gar nichts gemacht und jetzt kommt innerhalb von zwei Wochen wird hier übelst geballert nochmal. Ich habe gerade nachgeschaut, vier Wochen und fünf Tage werden es sein. Also es ist doch etwas länger und wir sind auch alle schon gespannt, wie wir dich antreffen werden, wenn du wiederkommst. Aber ich meine, wenn du schon in der Produktion steckst, ist das ja ein gutes Zeichen, weil sonst, wenn du abtauchst, kann es ja schon mal vorkommen, dass du dann so ein bisschen orientierungslos zurückkommst. Aber das ist ja gut, wenn du jetzt gerade schon am Arbeiten bist. Ich weiß ja, das ist ja auch wichtig für dich, ne? Genau. Das muss auch sein. Dieses Jahr bin ich auf jeden Fall sehr häufig in orientierungslose Monate im Ausland verfallen. Ja, ja. Aber, also nicht mal orientierungslos, aber ich war dieses Jahr echt viel weg. Also so, ich glaube, ich habe dieses Jahr all das zurückgeholt, was ich die letzten Jahre versäumt habe, weil ich die ganze Zeit noch hinter dem Schreibtisch saß. Aber ich komme mit voller Motivation, genauso wie du und Eric, wie ich gehört habe, zurück, um quasi Dave 2.0 auf YouTube einzuleuten und mit einer ganz anderen Energie und ganz anderen Ideen jetzt quasi YouTube nochmal neu anzugreifen. Ja, sowas ist ja auch ultra wichtig. Ich meine, man muss echt gucken, gerade du hast ja auch wirklich alles reingelegt in dieses Projekt immer, dass man guckt, dass man da nicht auf der Strecke bleibt und dann sind solche Pausen ja genau richtig. Auch wenn es ja nicht nur Pausen sind. Das sind ja auch in dem Fall jetzt, ist ja keine aktive Pause, ist ja einfach andere Impulse und so. Das ist sehr, sehr dank. Was mir gerade nur aufgefallen ist, du wirst am 30. zurückkommen, und dann haben wir genau fünf Tage Überschneidung und dann bin ich für zwei Wochen in Amerika. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich wirklich gar nicht mehr erkennen und eine Präsenzfolge Halle vs. 2, sage ich schon. Eine Präsenzfolge Halle 2 ist auch in ferner Zukunft, aber wir erleben beide viel. Das ist ja auch schon mal gut. Das ist wunderbar. Wir erleben nicht nur viel, sondern ich hoffe, dass in der Zeit, in der ich relativ wenig online war, auch die anderen Kollegen etwas erlebt haben. Max, ist irgendwas in den letzten Wochen auf Social Media passiert? Ich habe nichts mitbekommen. Boah, es ist eine gute, gute Frage. Also, ich glaube, an großen Skandalen ist seit der Gamescom-Affäre rund um Tansi und Skurros und Orange-Morange ist nicht mehr viel passiert. Das Ganze hat sich noch ein bisschen weiterentwickelt, habe ich gesehen, dass Skurros über DMCA, also DMCA ist quasi Rechte, wie heißt das, Rechte in Anspruch nehmen. Also, wenn jemand dein Video oder dein Song in einem Stream oder in einem Video zeigt, hat darüber Alpha Kevin sperren lassen und das hat einen Riesenaufschrei auf Twitter gegeben und so weiter. Aber ich glaube, dass das so gut wie durch ist, dieses Thema. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, ich hoffe auch. Ansonsten, boah, ich kann mich bei sowas immer so schlecht erinnern. Ich habe so, mein Kopf bereitet sowas nicht so krass auf. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich gehe jetzt bei Christian Solmecke auf den Kanal. Geil. Was halt ganz aktuell ist, ist, dass ja Luca ein Video veröffentlicht hat, wo er gesagt hat, dass er an sich arbeiten möchte, weil er irgendwie in seinem Umfeld festgestellt hat, dass er sich selbst, weil er irgendwie viele Probleme hat, so narzisstische Züge attestiert und deshalb in Behandlung gehen will, was ich super gut und stark finde, dass er da ein Video darüber gemacht hat. Das auf jeden Fall. Das ist jetzt aber ganz brandneu gerade und da wünsche ich auf jeden Fall das Beste. Ich habe gerade eben gesehen, lustig war das, ja? Nochmal ganz kurz, um auf das Gambling-Thema einzugehen. Das ist tatsächlich nicht nur in Deutschland ein Riesenthema und Leute rasten aus, sondern in Amerika auch. Und ich habe tatsächlich gelesen, dass Miskilf, Pokimane, also Riesen-Ami-Streamer, sich quasi zusammentun, um eine öffentliche Aktion gegen Gambling auf Twitch zu machen und gerade am überlegen sind, ob sie irgendwie im Dezember, dem umsatzstärksten Monat für sie selber und natürlich auch für Twitch, für einen Monat oder so den Stream auslassen und quasi zu sagen, ey, wir gehen nur online, wenn Twitch Gambling bannt. Also das ist ein weltweites Thema für Auseinandersetzungen gerade scheinbar. Das ist krass. Ich frage mich, warum so viele Leute so starke Positionen zum Gambling-Thema haben. Weil für mich persönlich ist das so ein Ding, ist scheiße. So sollte man nicht machen, würde ich selbst nicht machen. Aber ich habe nicht so eine starke Position. Und ich überlege gerade, also zum einen, klar, wenn du Betroffene kennst und Leute in deinem Umfeld hast, dann ist das garantiert der Faktor, weil das bringt ja nichts Gutes, so macht das auf jeden Fall nicht, wo man dann sagt, so okay, geht gar nicht, null Toleranz. Aber ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch ein Stück weit so ist, weil Leute, die sich moralisch richtig entscheiden und diese leichte Position haben, so ey, mach das nicht, auch auf der anderen Seite sehen, wie die Leute mit einer flexibleren Moral einfach unheimlich viel Geld verdienen. So dafür, dass sie es falsch machen, basically. Und das verhärtet bestimmt auch die Fronten und macht das Ganze noch viel krasser so in der Entscheidung. Ja, und das Ding ist, ich stehe ja dem Gambling so halb nah. Also ich habe gar nichts für Slots und für eigentliches Glücksspiel übrig, aber ich habe sehr viel für Geschicklichkeitsspiele mit Glückskomponente übrig. Das wäre dann beispielsweise sowas wie Poker. Also eigentlich meine ich nur Poker. Das ist das Einzige, was mich wirklich begeistert hat. Und ich würde zum Beispiel hoffen, dass, wenn es zu so einem Bann auf Twitch kommt, dass es in keinster Weise irgendwie in die Pokerschiene mit eingreift, weil ich zumindest sehr davon profitiere, dass die ganzen Sachen mittlerweile online gezeigt werden. Beispielsweise als ich jetzt offline war, gab es in Zypern ein Turnier, das heißt Triton, 200.000 Euro Buy-In, wirklich nur Riesenleute mitgespielt. Fedor Holz, absolute Poker-Legende, einer der Besten jemals. Und das ist für mich halt hammergeiles Entertainment. Könnte von Leuten, die es scharf sehen, natürlich auch irgendwie unter Glücksspiel fallen, obwohl solche Turniere natürlich absolut quasi oberstes Level Olympia der Geschicklichkeitsspiele mit Glückskomponente sind. Und man da absoluten Vollprofis zuguckt. Und da eine Grenze zu ziehen, ist hammerschwierig. Aber ich liebe Poker und ich würde gerne Poker weitersehen. Slots und so ist mir im Prinzip scheißegal. Ich bin aber kein besonders großer Freund davon, irgendwas zu fair bieten. Und als jemand, dem das komplett fern liegt, würde ich auch, aber wie gesagt, es kann sein, dass ich da komplett falsch liege, würde ich mir auch vorstellen, dass so Slots halt noch einen viel höheren Suchtfaktor haben als Poker. So, weil man, das eine ist halt ein Spiel, welches mit Geld gespielt wird, um dann so ein Anreizsystem zu haben. Und das andere ist nur da, um dich halt reinzuholen, so in die Maschine, so quasi. Weißt du, also um immer mehr und mehr zu wollen. Das eine ist halt so künstlich und das andere ist halt ein Spiel mit Anreiz. Aber im Endeffekt ist natürlich trotzdem Glück, welche Karten du bekommst und so. Genau, aber du hast halt Kontrolle darüber, wie du sie spielst. Also es ist tatsächlich... Aber es gibt ja genug Leute und auch Geschichten, die ich gehört habe, wo Leute beim Poker ein Haus verloren haben oder so. Und dann ist die Aufsage vielleicht auch nicht ganz so zutreffend, aber wahrscheinlich ist das Not gegen Elend und das eine ist noch ein bisschen schlimmer. Ja, für mich ist es andersrum, weil die Leute, die professionell Pokerspielen seit Jahren irgendwie an der Spitze stehen und da auch immer wieder neue Leute dazukommen, die halt beweisen, dass dieses Spiel mit langem Atem mathematisch zu schlagen ist quasi. Weißt du? Also dass man Teile berechnen kann und dass nicht jeder irgendwie mit vielen Spielen dann auf der Straße landet. Naja, so wichtig ist das Thema jetzt auch nicht für mich und für dich. Das stimmt. Ich musste gerade eben einmal kurz schmunzeln, als du Triton gesagt hast. So heißt das Spiel, ne? Dazu eine kleine Anekdote. Ja, so hieß der Veranstalter quasi. Okay, weil eine kurze Anekdote meinerseits dazu. Ich weiß nicht, ob ich es hier mal erzählt habe. Also vierte Klasse Grundschule, ganz normaler Junge, der ich war, habe ich in alle Richtungen Freundschaften gepflegt in meiner Klasse und habe unter anderem eine Freundschaft unterhalten mit einem Jungen namens Triton. Deshalb bin ich nämlich gerade dran gekommen. So, der war in meiner Klasse, das war so ein bisschen so ein Problemkind, sag ich mal. Und keine so super Noten geschrieben oder so, aber das ist ja Schnuppe und gerade als Kind ist das sowieso Schnuppe und es war einfach ein Kumpel von mir. Haben wir bei mir gespielt und ich habe gerade so ein Déjà-vu, hoffentlich habe ich es nicht schon mal im Podcast erzählt, auf jeden Fall. kam dann irgendwann, ich glaube, du kennst die Geschichte, ein Anruf von meiner Bank zu Hause an, weil mein Papa und meine Mama wollten, dass ich mich schon früh damit auseinandersetze, so mit Geld umzugehen. Und dann habe ich halt mein Taschengeld von 10 Euro oder sowas immer schon aufs Konto bekommen und konnte das dann abheben. Und dann kam ein Anruf von der Bank und es kam die Nachfrage, ob ich gerade da war und gefragt hätte, wie viel Geld man auf einmal abheben kann. Na, geil. Ja, long story short, nicht ich habe das gefragt, sondern Triton, der meine Karte geklaut hat beim Spiel. Geil. Und ja, das war auf jeden Fall, das war eine traurige Geschichte eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, dass so ein Viertklässler dem anderen Viertklässler oder so die EZ-Karte geklaut. Aber, naja, das... Aber ich kannte die Story nicht und ich glaube, die Leute im Podcast auch nicht. Also frisch aus dem Ofen. Wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Hast du, Jan Böhmermann, Social Media Micropayments Reaction Video gesehen? Ich nämlich nicht. Ich habe nur gesehen, dass etwas kam. Er hat irgendwas zu Micropayments gemacht. Und ich weiß, ich habe auf Twitter gesehen, dass Revi wohl drin war, dass Trimax wohl drin war. Und dass da so ein bisschen irgendwas in Online-Social-Media-Richtung kam. Ich habe, glaube ich, auch nur einen Ausschnitt gesehen, in dem Revi drin war. Und ich glaube aber wahrscheinlich eher so als Meme-Clip, wie der so gelacht hat oder sowas. Aber ich muss es mir noch anschauen. Du hast recht, das ist eigentlich aktuelles Geschehen, welches zu verfolgen ist. Ich frage mich gerade, wie ist gerade deine Handynutzung? Wie ist gerade so dein Medienkonsum? Bist du gerade so am Detoxen? Weil wir bekommen ja nichts mit. Du postest ja, glaube ich, auch nichts gerade. Abseits von Halle 2. Schaltet ein, seid dabei. Und bist du so komplett am Detoxen, auch so aktiv am Detoxen? Oder bist du wirklich einfach von morgens aufstehen bis abends schlafen gehend busy? Also ich habe einen aktuellen Tagesdurchschnitt von 46 Minuten. Boah, was? Ja. Alter Schwede. Das ist, äh, und davon ist 20 Minuten Spotify. Alter Schwede. 10 Minuten Twitter. Und das, obwohl du wieder Internet hast, ne? Und das, obwohl ich wieder Internet habe. Gestern war ich ganz, ganz lang am Handy. Da haben wir quasi die Weiterreise geplant und alles fertig gemacht. Aber abseits davon bin ich quasi nicht am Handy. Und ich drehe ganz viel und ich gehe an den Rechner, um Daten zu backuppen. Aber gucke dann parallel keine YouTube-Videos, während ich quasi darauf warte, dass die Daten übertragen. Also so die typischen Sachen sind irgendwie gerade, lasse ich gerade weg. Und fällt dir das schwer? Überhaupt nicht. Also momentan geht es mir wirklich sehr einfach von der Hand. Und ich habe auch seit fünf Tagen nicht geraucht. Oh, okay. Warum? Gab es da keine Zigaretten oder was war da los? Ne, es gab die ganze Zeit Zigaretten. Gestern hat mich auch einer hier im Hostel, ohne es zu wissen, versucht zu verführen. Nachdem wir zwei, drei Bier getrunken hatten. Aber also einfach aus Testens Willen. Geil. Einfach so. Ja. Mal sehen. Ohne, dass es jetzt irgendwie Aussicht darauf gibt, dass es für immer so bleibt. Aber jetzt gerade ist es zumindest für ein paar Tage mal so. Ich merke schon, du wirst vielleicht als geläuterter Mann wiederkommen. Als Detox-Mann. Denn nur noch Wasser und Sonnenenergie. Gute Nachrichten. Off-Topic. Wir haben es jetzt zum einen hinbekommen, dass das Büro immer sauber ist, weil wir den Roboter haben. War der schon zu deinen Zeiten hier? Ja, war er. Absoluter Traum-Roboter. Ja, und wir haben jetzt endlich eine Lösung gefunden, dass das Büro jeden Sonntag kerngecleant wird. Oh, Hammer. Es ist ein absoluter Traum. Also du wirst es lieben, wenn du wieder da bist. Ich habe auch ganz, 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 ganz viel Licht-Equipment insbesondere gekauft für die Küche. Also wir sind wirklich bestmöglich aufgestellt für deine Rückkunft. Ja, vielleicht schaffen wir es ja in den fünf Tagen, ein finales Room-Tour-Video der Halle 2 zu drehen. Da haben wir im Prinzip ja auf die Küche gewartet und ansonsten ein paar Kleinigkeiten, die aber jetzt auch weitestgehend gemacht sind. Also im Prinzip steht das Büro jetzt doch so, wie wir es uns vorgestellt haben, oder? So, wie wir es uns immer geträumt haben. Also was halt auch zunehmend wichtig wird, ist, dass wir eine Lichtlösung brauchen. Weil es jetzt leider absehbar wahrscheinlich auch wieder früh dunkel werden wird. Ich habe gedacht, ihr seid einfach live dabei in der Planung, liebe Podcast-Zuhörer. Wir haben ja diese Spiegelwand da vorne mit den LEDs, die ich eigentlich übelst geil finde. Die machen auch so geiles Licht, finde ich. Und entlang der Decke haben wir ja immer diese Träger, diese Streben. Und meine Vision war vielleicht links und rechts von jeder Strebe, einfach so zwei LED-Stripes zu machen, die die Decke indirekt anleuchten. Und dann hätte man so ein super unauffälliges, geiles, helles Licht überall. Aber das klingt auch schon wieder so, als würde es extrem teuer sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Das im Prinzip sowas ähnliches kommt ja in die Projektwohnung, auf die eigentlich so mein einziges wirkliches Problemkind gerade ist. Weil ich einfach quasi dadurch, dass ich hier weg bin, natürlich nichts in der Wohnung machen kann. Und ich die unheimlich gerne fertigstellen will. Also eigentlich sollte sie diesen Monat fertig werden, aber naja. Sie sollte fertig werden, komplett einzugsfertig werden diesen Monat. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gesagt, das dauert noch länger. Nee, wir sind, um da ganz kurz einen aktuellen Stand zu geben. Die Wohnung ist komplett entkernt. Der Schreiner baut gerade die Einbaulösung. Im Prinzip muss der Schreiner die Einbaulösung, die er gerade baut oder schon gebaut hat, in die Wohnung reintun. Es muss Keramik im Bad dran, also Toilette, Waschbecken und so weiter. Und es muss Boden und Licht rein. Und so komisch das klingt, das ist halt eine Sache von, also die Keramik anzubringen ist eine Sache von einem Tag. Den Boden reinzukloppen ist von einem Profi auch eine Sache von einem Tag oder zwei Tagen. Ein oder zwei Tage für die Einbaulösung und wahrscheinlich zwei Tage fürs Licht. Und ein paar der Sachen können sogar parallel gemacht werden. Also da freue ich mich extrem drauf, wenn ich wiederkomme. Dann wahrscheinlich, sobald du da bist, ziehst du komplett durch, machst das einmal fertig und ab geht die Post. Genau. Geil. Damit wir uns dann auch wirklich ans Behind-the-Scenes setzen können. Und da bestmögliche zehn Folgen für alle fertig machen. Ja, das ist natürlich schade. Also ich habe ja mitbekommen, dass der Leo da auch immer mal nochmal unterwegs war. Weil vielleicht mit dem Schreiner was gefilmt hat oder so. Aber können deine Zuschauer mit einer Folge rechnen, während du weg bist oder gehst du das erst wieder an, wenn du wieder da bist? Das klärt sich hoffentlich heute und ich probiere eine Folge vor dem 1. Oktober zu bringen. Ich glaube aber nicht, dass es klappt. Ich möchte dich jetzt auch nicht in Erklärungsnot bringen, aber du hattest gerade eben gesagt, dass du den Cessna-Flug gebucht hast und mir später sagen wolltest, wie teuer da die Sachen sind. Hattest du vor, den Preis, den du für den Flug zahlen wirst, zu nennen oder wolltest du ein anderes Beispiel bringen? Nee, ich bringe gerne das Flugbeispiel. Oh Gott, oh Gott. Anders als deine Reise nach Juist ist es nämlich nicht so, dass das privat geflogen wird und du einfach mit jemandem mitfliegst und ihr euch irgendwie quasi den Sprit teilt. Was auch schon sehr teuer gewesen wäre, ja. Genau, was auch schon sehr teuer gewesen wäre. Sondern wir fliegen jetzt quasi commercial. Also es ist einfach eine Firma, die genau das anbietet. Und wir haben natürlich die kleinstmögliche Option genommen. Der Flug ist ungefähr eine Stunde und wir zahlen 1200 Euro. Boah, alter Schwede. Und was hätten die normalen Tickets gekostet? 70? Oh nö. Ja, das ist richtig, richtig, richtig schlimm. Und das Traurige ist, es ist nicht mal so geil oder so besonders, dass das so ein eigenes Ding ist, oder? Nee, genau. Also Rosa hat auch gesagt, ja, dann mach doch einfach davon ein Video. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber es ist kein besonderer Privatflug. Es ist nicht der günstigste Privatflug. Es ist nicht der teuerste Privatflug. Diesen Flug macht nichts besonders, sodass ich daraus noch Content machen könnte. Wir sind aber darauf angewiesen, weil wirklich quasi die komplette weitere Planung gesprengt wäre, wenn wir den Flug nicht nehmen würden. Also ein Anschlussflug, Anschlusshotels, Anschlusstermine mit Leuten zum Drehen und so weiter würden wirklich alle für die nächsten zwei Wochen ins Wasser fallen, wenn ich nicht heute von der Insel hier wegkommen würde. Und mit anderen Leuten, du drehst dann mit Leuten vor Ort auch, oder wie? Ja, ich habe ein Video, vielleicht erinnerst du dich aus New York, kam mal ein Video, so lebt man für 2000 Euro in New York. Ja. Und ich treffe mich hier, wenn alles klappt, mit einem Makler, damit der mir quasi im Ausland Wohnungen und Häuser zeigt mit verschiedenen Mieten und Kaufpreisen. Und dann halt, so lebt man für 800.000 Euro in bla bla bla. Ah. Und ich zeige quasi den Wohnungs- und Häusermarkt in einem anderen Land. Und da habe ich übels Bock drauf. Geil, boah, ich habe mal von Jay Balvin, habe ich so eine kranke Villa in so, ich weiß gar nicht, wie der Stil heißt, aber so in den Tropen oder zumindest in so einem Tropenwald quasi gesehen. Das sah auch geisteskrank aus, also übelst nice. Da bin ich auch gespannt, was du alles mitbringen wirst. Und wie gesagt, genieß vor allem, dass es noch so schön warm ist. Aber auch du wirst wieder in den Ungenuss kommen, den wir hier leben müssen. Aber ihr seid ja gar nicht mehr so lange in diesem Ungenuss unterwegs. Wo geht es denn für dich und mit wem geht es für dich wohin in den nächsten Tagen? Okay, okay. Also, weil es stehen ja zwei Reisen auf dem Zettel. Genau, es stehen zwei Reisen an. Eine Reise war so nicht geplant, aber sie war unumgänglich, weil es einfach zu nice. Also, ich habe eines Tages, ich glaube, einfach so, wir hatten ja mal Lose über einen Trip mit den Jungs gesprochen für einen September. Und eines Tages habe ich dann einfach so ein bisschen mich auf Airbnb umgeschaut. Und da kann man jetzt irgendwie so nach so Wow-Angeboten filtern. Also so besondere Angebote, die irgendwie besonders flashy sind oder irgendwie architektonisch interessant sind oder irgendwie so. Kann man auf jeden Fall suchen. Da gibt es ausgebaute Helikopter, irgendwelche Silos, in die Wohnungen gesetzt wurden oder Schlafmöglichkeiten gesetzt wurden. Und halt viele, viele Möglichkeiten. Und so habe ich auch ein sehr, sehr schönes Haus gefunden. Eigentlich super random ist, glaube ich, in Port de la Selva. Und Eric irritiert mich, indem er mich die ganze Zeit anguckt von der Seite. In Port de la Selva ist das. Ist auch ausgezeichnet im New York Times Magazine, weil es halt als Sunflower-Haus bekannt ist, also Sonnenblumenhaus, weil es sich wie eine Sonnenblume mit verschiedenen Räumen immer zur Sonne streckt. Was schon mal geil ist. Weil darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, dass das Wetter dort auch gut sein wird. Und ja, wie gesagt, New York Times vorgestellt. Man denkt, es ist wahnsinnig teuer. Man kann mit bis zu zehn Personen dorthin und es kostet 550 Euro oder 570 Euro die Nacht. Also 57 Euro pro Person pro Nacht. Genau, mit Maximalbelegung 57 Euro pro Person und Nacht. Mietpreise waren, Mietwagen waren auch sportbillig. Wir haben, glaube ich, für die fünf Tage, die wir da sind, zahlen wir, glaube ich, 120 Euro für so einen kleinen Jeep wohlgemerkt. Also komplett verrückt. Haben wir uns direkt zwei gezogen, weil wir mit acht Jungs hinfahren. Und ich habe ja die freundliche Bekanntschaft gemacht mit Flor de Salle, also mit dieser Meersalzmarke, die mich mal nach Mallorca eingeladen hatte. Und zur gleichen Firmengruppe gehört auch keine Werbung hier an der Stelle. Slice of Pleasure, also eine Rosé-Marke, ein Weingut, das Rosé produziert. Und weil man sich so gut verstanden hat, sind sie so nett und schicken uns, ich glaube, 28 Liter Rosé an unsere Unterkunft. Also es wird, glaube ich, für jeden Beteiligten ein sehr, sehr lustiger Urlaub. Und wir haben da einen Infinity Pool und so. Also es ist wirklich ein absoluter Traum. Das ist das Erste, was ansteht. Und natürlich trotzdem, wir haben uns jetzt halt diesen Trip noch in die Vorproduktion für Amerika gelegt. Weshalb wir auch dort noch ein, zwei Videos drehen werden und halt gucken, dass wir da nicht aus unserem Plan rausfallen. Weil irgendwie ist mir das mittlerweile so wichtig und so ein festes Ding, dass ich halt kontinuierlich immer Videos bringe, dass ich... Anders als ich. Ja, aber guck mal, das Ding ist, ich war ja wirklich, da muss der YouTube-Papa mal sprechen. Ich war ja sieben Jahre oder sowas in dem Modus, super unregelmäßig hochzuladen. Und ich glaube, das ist auch gut, dass der kommt, wenn man es fühlt, also wenn man ready ist. So, weil das macht keinen Sinn zu forcieren, Sachen hochzuladen, wenn man gar nicht will. Und ich, no joke, ich mache das jetzt seit zwei Jahren und ich will das auch seit zwei Jahren immer kontinuierlich. Deshalb liebe ich es sehr. Und die Vorproduktion läuft auch dann weiter. Und dann geht es eben auf den heiß begehrten und lang ersehnten Amerika-Trip, acht Tage L.A., eine Nacht Las Vegas, fünf Tage San Diego. Das wird, glaube ich, ein absoluter Game-Changer. Ich bin sehr, sehr heiß darauf und hoffe, dass die amerikanische Inflation Einhalt bekommt, bis ich da bin, weil sonst komme ich arm zurück. Aber das ist das Risiko. Ja, eins zu eins steht der Euro gerade zum Dollar. Also für uns ist es bei weitem nicht mehr so günstig, wie noch vor ein paar Jahren in Amerika Urlaub zu machen. Und da gehen halt die Preise, glaube ich, übelst ab mit der Inflation. Also es wird richtig teuer. Also Amerika-Urlaub war ja nie wirklich günstig. Gerade so Sachen wie L.A., dann kostet dann mal irgendwie eine Pizza ein Zwanni oder sowas. Aber ja, also das wird auf jeden Fall interessant. Ja, und auf der anderen Seite ist es super einfach, günstig Urlaub zu machen. Also das, was du jetzt gerade eben erzählt hast, für so wirklich ein absolutes Luxushaus irgendwo in Spanien, ein bisschen über 50 Euro die Nacht zu zahlen. Das und noch ganz viele andere tolle Länder und Orte sind so günstig zu bereisen, was, glaube ich, viele Leute nicht mal wissen. Also das ist natürlich mit Arbeit verbunden und irgendwie zu gucken, dass man nicht nur ein günstiges Haus und dann einen teuren Flug, sondern günstiges Haus, günstigen Mietwagen, günstigen Flug, wirklich die perfekte Kombination aus allem zu finden. Aber das geht. Also wir waren ja letztes Jahr mit einer großen Gruppe auf Kreta. Also Kevin Popperplatte, Nova, Management von Kevin, ganz viele Leute. Ich glaube, wir waren wirklich so 13 Leute oder so. Und all in haben diese 10 Tage, die wir da weg waren, vielleicht mit Flug 750 Euro gekostet. Krass. All in. Das ist schon geil. Und ich meine, dazu kommt ja, dass Amerika, würde ich jetzt mal so sagen, ich bin immer noch großer Fan und ich freue mich sehr darauf, aber vielleicht in der Gänze so ein bisschen Glanz verloren hat. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man älter wird und das kritischer betrachtet. Früher war es so, wow, geil, da sind die Serien, da sind die Computerspiele, da muss ich hin. Aber es hat ein bisschen an Glanz verloren irgendwie. Gerade wenn man nach L.A. geht, wo man weiß, dass halt Obdachlosigkeit und Drogenmissbrauch halt riesige Probleme sind, dann ist das schon irgendwie so ein kleiner Bummer. Aber für mich, ich bin trotzdem irgendwie so Hype darauf, weil ich bin mir dessen bewusst, aber trotzdem so diese, das ist so fern. Das ist so nah und doch so fern. Und das liebe ich irgendwie. Ja, und für mich ist Amerika das übelste Drecksloch und mich kriegen da irgendwie keine zehn Pferde mehr hin. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, ob ich nach L.A. will. Und früher, also für meine Eltern war es nie eine Option, mit mir irgendwo in den Urlaub zu fliegen. Also ich war immer neidisch auf die Kinder, die aus dem Sommerurlaub kamen und irgendwie Amerika bereist haben oder so. Was echt häufiger passiert ist, weil es natürlich auch reisefreudige, unternehmenslustige Eltern gibt, die auch mit Mitte 40, Mitte 50 noch übels Bock haben, lange Flugreisen und so auf sich zu nehmen. Meine Eltern waren nie daran interessiert. Das hat mich immer traurig gemacht. Und seitdem ich selber reisen kann, war ich zweimal in New York, einmal mit dir und einmal, um was zu produzieren. Und das hat mir absolut gereicht. Und New York ist ja wirklich noch sehr europäisch im Vergleich zu vielen der anderen Standorte. und ziemlich clean und irgendwie bekomme ich da keine sieben Pferde hin. Oh nein, ich glaube, hier startet jetzt gleich so eine etwas ruhigere, hier laufen die Leute mit so Yoga, also wirklich, das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist genau so, wie man sich das vorstellt. Einfach so ein Hostel im Dschungel und die Leute haben so ihre eigenen Wasserflaschen dabei, die so aussehen, als hätten die darin Globuli geklopft und die gehen jetzt gemeinsam zu so einer Zen-Yoga-Stunde, die auf die eigenen Sinne ankommt. Kann man in unmittelbarer Nähe deines Standorts auch Ayahuasca konsumieren? Boah, ich werde es in Erfahrung bringen und es werde ich testen. Alter, no joke, no joke, ich will dich nicht auf dumme Ideen bringen, aber stell dir mal vor, das als YouTube-Video. Aber das darf man auch gar nicht. Man darf, glaube ich, in YouTube-Videos gar nicht offen Drogen konsumieren. Aber andererseits hast du ja auch dein Kiff-Selbst-Experiment mal gemacht, wo du 30 Tage lang jeden Tag gekifft hast. Hast du da was gezeigt? Ja, ja, da habe ich komplett geraucht und dann hat YouTube gesagt, ey, wir können das so nicht zeigen, du musst es zensieren. Dann habe ich es zensiert und dann war alles wunderbar. Aber man hat den Rauch gesehen und alles war wunderbar. Weil Tomatolix hat letztens so ein Video gemacht, wo er Lean konsumiert hat. Ja, habe ich auch gesehen. Hast du gesehen, ja. Und dann hat er so gesagt, da das Konsumieren verboten ist, benutze ich, keine Ahnung, Wasser mit Farbstoff in den Szenen, wo ihr mich trinken seht. Ist ja auch smart, kann ja niemand das Gegenteil behaupten mit dem Hinweis. Ja, ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Max, so leid es mir tut, ich werde vermutlich hier abbrechen müssen, um deren Yogastunde nicht zu crashen. Ja, ich muss es auch echt. Der grüßende Morgenhund, die aufgehende Sonne, die sind hier schon kräftig am Machen. Da ist die Flasche gerade runtergefallen. Ich muss auch erst mal sacken lassen, dass ich jetzt schon so viel mit dir gesprochen habe und so viel von dir gehört habe. Ja. Es war mir eine große Freude. Es steht ein wenig im Raum, dass mit weiteren Reisen und weiterem Film vielleicht noch weitere Probleme in der, wie sagt man, ich höre auf, alles verkompliziert auszudrücken. Es kommt vielleicht nochmal eine Folge unpünktlich, habe ich das Gefühl. Aber ihr wisst zumindest jetzt, was abgeht, was Sache ist. Und alle zwei ist nicht vorbei, sondern live auf Spotify und auf YouTube und auf TikTok. Deshalb lasse ich die letzten Worte dir. Ich glaube, es wird keine weitere verspätete Folge kommen. Wir sind beide wieder vollkommen back on track und freuen uns, euch wieder einmal die Woche die Ohren abzureden. Geil. Liebe Grüße aus Ich darf nicht sagen, wo ich bin. Und bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.